Hallo, ich bin der Sebastian und zeige euch, was es Neues in Wurzelimperium gibt. Dort startet heute die Osteraktion. Schauen wir erstmal in den Erholungsgarten. Dort kann man ein Bühnen-Event starten. Wir können zwischen den lässigen Hasen und den rockenden Würfen wählen. Ich nehme mal die lässigen Hasen. So, dann schauen wir doch mal weiter in den Gartenshop. Ah ja, die Wintersachen sind der Osterdekoration gewichen. Nun passt mein Garten auch viel besser zu Ostern. Es gibt aber noch etwas Tolles zu entdecken. Das Eiersuchspiel. Das Suchspiel findet man, indem man auf das Ei über dem Garten klickt. Mhm, wir haben ein Osterbrunnen geschenkt bekommen für unseren Erholungsgarten. Coole Sache. Man kann sich jetzt alle 10 Stunden auf Eiersuche begeben. Jedes gefundene Ei erhöht die Punkte, die wir von unserem Eierbrunnen bekommen. Und wenn man 600 Eier gefunden hat, bekommt man den Osterbaum für den Trophäenschrank. Wow. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Osterfest. Viel Spaß mit dem Event und bis zum nächsten Mal. Wenn du weitere Videos von Wurzelimperium sehen möchtest, dann klickst du auf den linken Knopf. Wenn du Wurzelimperium spielen möchtest, dann ist der mittlere der richtige. Und wenn du kein Video mehr verpassen möchtest, dann entscheidest du dich für den rechten Knopf. Einsatz 피 tipuelt. Und, äh. Die Handruff. Gessen liken. Tag.